Lifty und Scoop, die Roboter und Lea, machen sich schnell auf den Weg. Los geht's! Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar, der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo, Leo der Lastwagen. Was sucht sie denn? Hier ist es nicht. Hier auch nicht. Auf dem Schrottplatz kann man allerhand Dinge finden. Oh, was für ein Durcheinander. Hallo, Lea. Komm, wir gehen spielen. Hallo, ich kann nicht. Ich muss hier aufräumen. Lasst uns gemeinsam aufräumen. Und dann gehen wir spielen. Die Autos machen sich ans Werk. Sie müssen alles an ihren Platz bringen. Lifty, Scheinwerfer. Leo möchte, dass Lifty nur die Scheinwerfer einsammelt. Scoop, die Reifen kommen hierhin. Roboter, sortiert die Zahnräder. Bringt alles hinters Haus. Bringt alles hinters Haus. Warum kommandierst du uns herum? Was? Das ist nicht wahr. Ich organisiere hier alles. Lea nimmt die Zahnräder selbst mit. Die kommen hierhin. Scoop kümmert sich um die großen Teile. Und Lifty sammelt die Klöbirnen ein. Die Roboter haben mal wieder nur Unsinn im Kopf. Oh, der lilafarbene Roboter hat eine Hupe gefunden. Und Lifty? Ein Rad. Komisch. Hm, ich glaube, das ist von einem Fahrrad. Schaut mal, was ich gefunden habe. Die Autos haben viele interessante Dinge gefunden. Was soll das alles sein? Lasst uns die Teile zusammenbauen. Dann werden wir sehen, was das ist. Gute Idee, Leo. Nehmen wir die Teile mit zum Haus. Wir montieren die Teile am lila Fahrgestell. Der Motor. Die Karosserie. Die Sitze. Die Räder. Zwei Räder kommen auf diese Seite. Und zwei auf die andere. Die Türen. Die Windschutzscheibe. Die Motorhaube. Der Kühlerkrell. Die Kotflügel. Scheinwerfer und Brückleuchten. Der Kofferraumdeckel. Die hintere Stoßstange. Und die vordere Stoßstange. Das Lenkrad. Die Hupe. Und der Spiegel. Sie haben einen Oldtimer gebaut. Früher hat man solche Autos gefahren. Das ist aber schon lange her. 100 Jahre. Oh, Leo hat vergessen, das Ersatzrad zu montieren. Haha, das passt nicht in den Kofferraum. Das Ersatzrad muss an der Seite befestigt werden. Oh, wie schön. Die Roboter wollen eine Runde drehen. Und los geht's. Der Oldtimer fährt ganz schön schnell. Und Leo fährt hinterher. Trete auf die Bremse. Was ist denn los? Die Roboter sind ins Schwitzen gekommen. Heute ist ein heißer Tag. Wo ist denn das Dach? Ein Schirm? Haha, nein. Das ist doch kein richtiges Dach. Aus einem Schirm kann man doch kein Autodach machen. Was ist damit? Nein. Und das? Das passt auch nicht. Ja. Wir montieren es am Auto und klappen es auf. Schaut mal, die Roboter haben auf dem Schrottplatz alte Hüte gefunden. Ihr könnt wieder einsteigen. Tut tut. Und los geht's. Gut gemacht, Freunde. Aufzuräumen war eine gute Idee. Ich würde sagen, genug für heute. Dankeschön. Gehen wir spielen. Fangt mich. Die Roboter wollen mit offenem Dach fahren. Oh, der Hut ist weggeflogen. Haha. Oh. Hehe. Hä? Lifty und Scoop. Die Roboter und Lea. Machen sich schnell auf den Weg. Los geht's. Und wer kommt da? Na, Leo ist doch klar. Der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo. Leo, der Lastwagen. Das ist das Haus der Roboter. Es ist früh am Morgen. Roboter, bist du schon wach? Guten Morgen. Was ist das denn? Eine Überraschung? Haha. Der Roboter weiß nicht, was das sein soll. Hallo, Roboter. Das ist ein Ei mit einer Überraschung drin. Blauer Roboter, wirf das Ei runter. Hm, na also. Aha. Jetzt wissen wir, von wem das Überraschungsei ist. Das ist Lea. Und Leo hilft auch mit. Hehe. Hallo, Leo. Hast du alles? Na klar. Na klar. Die Teile kommen alle in die Eier. Deckel drauf. Und jetzt verstecken wir die Eier. Leo und Lea werden die Eier verstecken. Und ihre Freunde Scoop, Lifty und die Roboter müssen dann auf Eiersuche gehen. Mal überlegen. Wo könnten wir die Eier verstecken? Okay. Ein Ei kommt hier hin. Und eins hier. Hm? Hm, hm. Hehe. Schon besser. Alle Eier sind versteckt. Scoop, der Bagger, fährt aus der Garage raus. Hä? Hä? Interessant. Liffty hat auch schon eine Überraschung gefunden. Haha. Wo wollen denn die Roboter mit ihrem großen Ei hin? Schaut, ich habe ein Ei gefunden. Ich auch. Und die Roboter auch. Das sind Überraschungseier. Das sind Überraschungseier. Na los, macht sie auf. Äh. Hm. Lifty, das wird spaßig. Was hat Scoop bekommen? Einen kleinen Waggon. Und die Roboter? Bahngleise. Und was ist in Lifty's Ei? Noch ein Waggon. Lasst uns die Bahngleise zusammenbauen. Stell die Waggons auf die Bahngleise. Und wo sind die restlichen Teile? In den anderen Eiern. Und ihr müsst die Eier suchen. Hurra! Alle sind begeistert. Na, dann macht euch mal auf die Suche. Lifty will zwischen den kaputten Autoteilen nach Eiern suchen. Oh, etwas Rundes. Ist das ein Ei? Das ist ein Scheinwerfer. Äh, schau mal. Zwei Eier. Bravo. Und was macht Scoop? Er sucht keine Überraschungseier. Will er etwas backen? Ich bereite auch eine Überraschung vor. Er backt Schokoeier. Hm, lecker. Hier ist noch ein Überraschungsei. Hm. Juhu. Vorsicht, Roboter. Hoch mit dir. Lea, kannst du den Robotern helfen? Roboter. Kalt. Da ist nichts. Wärmer. Wärmer. Kälter. 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 Heiß. Der lilafarbene Roboter hat das Ei gefunden. Lass uns die Eier aufmachen. Eine Lokomotive. Lifty. Und was ist in deinen Eiern? Kälter. Ein Waggon. Ein Waggon. Bahngleise. Und eine Brücke. Wo ist denn Scoop? Überraschung. Was für ein Spaß. Das war ein toller Tag voller Überraschungen. Lass uns mit dem Zug spielen. Töp, töp. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf. Auf den Weg. Los geht's. Und wer kommt da? Na Leo ist doch klar. Der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo. Leo, der Lastwagen. Leo und Lea bauen eine Sandburg. Fertig. Auf dem Fluss fährt ein Boot. Der rote Roboter steuert es. Und die anderen beiden Roboter versuchen es einzuholen. Wer ist am schnellsten? Vorsicht. Der blaue Roboter ist auf eine Sandburg gefallen. Hast du dir wehgetan? Mit dem Roboter ist alles okay. Aber die Sandburg ist kaputt. Na warte, wenn ich dich in die Finger bekomme. Scoop ist sauer. Bleib stehen. Hey. Beruhige dich, Scoop. Lass die Roboter in Ruhe. Scoop, das bringt doch nichts. Fangen wir nochmal an. Das ist eine gute Idee. Ihr könnt eine neue Sandstück bauen. Und alle helfen mit. An die Arbeit. Scoop holt Sand. Lifty hat eine Flagge für den Turm gefunden. Hey Roboter, helft auch mit. Eine Welle hat die Brücke weggeschwemmt. Das bringt alles nichts. Das Wasser wird die Sandburg kaputt machen. Liffty, das ist eine Sandburg. Früher oder später stürzt sie ein. Wir überlegen uns etwas. Hm. Ich kann ja ein Bild davon malen. Dann können wir sie uns immer wieder ansehen. Lea, warte. Lass uns ein Foto von der Sandburg machen. Oh ja. Und eins von mir. Leo, dafür braucht ihr einen Fotoapparat. Was hast du denn alles mitgebracht? Ein Gehäuse. Eine grüne Zoom-Taste. Ein Bildschirm. Darauf kann man die Fotos sehen. Ein Gurt. Ein Blitzlicht, damit man auch Nachtsfotos machen kann. Ein blauer Drehknopf für den Timer. Und am wichtigsten ein roter Knopf. Damit schießt man die Fotos. Zwei Gummigriffe, damit man den Fotoapparat besser halten kann. Eine Batterie. Eine Batterie. Der Fotoapparat ist fertig. Ich zuerst. Scoop ist unser Fotograf. Lächelt und sagt Cheese. Die Autos waren noch nicht so weit. Versuchen wir es nochmal. Stellt euch alle neben die Sandburg. Lifty, rutsch näher an die Sandburg. Seid ihr soweit? Irgendwas stört Scoop. Er ist nicht auf dem Foto. Versuchen wir was anderes. Es sind nicht alle auf dem Foto. Lass mich mal. Die Sandburg. Scoop, gib Lea den Fotoapparat. Sie möchte auch ein Foto machen. Jetzt ist Leo der Fotograf. Jetzt Lifty. Jetzt ich. Und nun der rote Roboter. Das habt ihr gut gemacht. Aber wie können wir ein Foto machen, auf dem alle drauf sind? Da ist doch ein Timer. Stimmt. Ihr müsst den Fotoapparat auf ein Stativ stellen und den Timer einstellen. Dann könnt ihr ein Foto machen, auf dem alle zu sehen sind. Lifty, hast du ein Stativ? Leo, triff deine Wahl. Möchtest du den Fotoapparat an die Angelschnur hängen? Wie wäre es mit einem Hockeyschläger? Nein, der Fotoapparat gehört auf ein Stativ. So, man kann auch ganz einfach den Winkel einstellen. Gehen wir und schießen ein paar Fotos. Leo, schau auf den Bildschirm und sag jedem, wo er stehen soll. Roboter nach rechts. Nicht alle gleichzeitig. Oh je. Hopp. Nach links. Stopp. Scoop, setz dich. Äh, was? Setz dich. Leo, komm, hierher. Der Timer ist eingestellt. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ein tolles Foto. Und nochmal. Lifty und Scoop, die Roboter und Lea machen sich schnell auf den Weg. Los geht's. Und wer kommt da? Na Leo, ist doch klar. Der kleine Lastwagen gibt Gas. Los, komm doch mit, denn das macht großen Spaß. Leo, Leo. Leo, der Lastwagen. Leo, der Lastwagen und seine Freunde sind in den Freizeitpark gekommen. Leos Ladekasten ist voll mit Teilen und einer der Roboter bringt einen Korb mit Bällen. Oh, Roboter. Oh. Einer der Bälle ist weggerollt. Seid bitte etwas vorsichtiger. Wer war das? Hallo, Scoop. Den frechen Robotern sind ein paar Bälle aus dem Korb gefallen. Hallo. Das sind aber viele Bälle. Ups. Oh. Pass bitte besser auf. Wofür sind die Bälle denn? Haha, das ist eine Überraschung. Hurra. Eine Überraschung. Alle Autos sind hier. Baut Leo eine neue Fahrattraktion. Gehen wir an die Arbeit. Gute Idee, Leo. Lade die Teile ab. Viele rote und gelbe Blöcke. Interessant. Aus den gelben Teilen bauen wir eine Plattform. Und die gelb-roten Teile sind für den Rand. Scoop möchte Ball spielen. Haha, Volltreffer. Scoop. Man bewirft seine Freunde nicht mit Bällen. Geh doch rüber zu Leo und schau dir an, was er baut. Das ist ein Ball-Wurf-Spiel. Man muss mit Bällen werfen und damit verschiedene Objekte treffen. Einen Wasserturm, eine Windmühle, eine Scheune und Lastwagen. Man muss den Ball in ihren Ladekasten werfen. Ich hab's verstanden. Wirf den Ball. Hä? Oh. Hey, lass das. Scoop, jetzt machen es dir die Roboter nach. Oh. Was ist denn hier los? Leo baut ein Ball-Wurf-Spiel. Fertig. Jetzt dürft ihr es ausprobieren. Hurra, hurra. Endlich kann's losgehen. Es sind gar keine Bälle mehr da. Wo sind die denn alle? Und was jetzt? Ich hab's. Machen wir ein Spiel. Wer die meisten Bälle findet, gewinnt. Gute Idee, Lea. Und los geht's. Auf dem Karussell liegt ein Ball. Der Roboter hat ihn gefunden. Auf der Straße liegen zwei Bälle. Werft sie alle in den Korb. Ein Ball ist ins Wasser gefallen. Fisch ihn raus, du. Hab ihn. Noch ein Ball. Lea hat auch einen Ball gefunden. Was macht der Roboter denn mit dem Baum? Den Apfel kannst du waschen und dann essen. Der Ball kommt in den Korb. Scoop hat auch einen Ball gefunden. Der Korb ist voll. Jetzt können sie endlich spielen. Seid ihr bereit? Ja! Ja! Die Roboter und die Autos schnappen sich die Bälle und versuchen, die Ziele zu treffen. Getroffen! Und lass mal! Eins, zwei, drei! Volltreffer! Oh, ich kann das nicht. Hm. Ich helfe dir. Wirf mir den Ball zu. Super! Und nochmal. Jetzt bin ich dran. Gut gemacht, ihr beiden. Oh, wow! Wie sieht es aus? Habt ihr etwas gewonnen? Lifty, was ist in der Schachtel? Eine Quietscheente. Noch eine. Und eine für den blauen Roboter. Scoop bekommt einen Bus. Die sind für euch. Und was ist mit uns? Äh, klar. Ihr bekommt den Hauptgewinn. Den Hauptgewinn? Den Hauptgewinn? Wow! 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 Untertitelung des ZDF, 2020